Mein Name ist Sylvie-André Stüwal. Als Psychologin habe ich immer eine offene Zeit für Jungen, für Kinder und freie Schwierigkeiten. Auch für Menschen mit Behinderung und Menschen, die psychisch nicht so gut drauf sind. Wir werden zusammen gut erheben. Das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Für all das setze ich mich schon zehn Jahre an bei der CSV. CSV – klar, nur gerecht. Risikos – klar, nur gerecht.